liebe pokofreunde umbieter wieder hier und wir holen uns jetzt mal shadow glaube ich ab das wollte ich unbedingt mit euch zusammen machen und bin mal gespannt welche ich kriege oder hier je nachdem ich hoffe ihr habt viel spaß beim go fest und habe gute pokémon bekommen und natürlich auch guten marcelo marcelo so trampelt das kokowai hier rum ja marcelo da würde ich auch meckern tyrannosaurus kokowai so so ich finde immer lustig dass es immer großartig eigentlich ist beim dritten mal sollte es jetzt drin sein hoffe ich aber eigentlich ja alle gute dinge zu drei und wir gucken jetzt die iv an 3xl ist schon mal wichtig pokédex eintrag richtig habe auch schon in der liga gegen marcelo gekämpft naja es geht besser aber gar nicht mal so schlecht kommt schon hoch von den euphoria aber ja für die folge ist das gewesen sein bis nächstes mal ciao